Viertakt, Zweitakt Akkuantrieb. Mit der neuen Wacker Neusen Stamper-Generation bieten wir das breiteste Produktportfolio auf dem Markt. Beste Performance bei geringerem Gewicht und ein neuer Maßstab beim Bedienkomfort. Ein kleiner Knick macht den großen Unterschied. Der abgewinkelte Führungsbügel zusammen mit dem vergrößerten Rohrdurchmesser ermöglichen präzises und ergonomisches Arbeiten. Ein vereinheitlicher Stampffuß passt nun auf alle Modelle. Für jede Anwendung die passende Lösung. Mit Stampffußbreiten von 150 bis 330 mm. Erhöhte Stampfkraft beim Viertaktstampfer. Unser Stärkster, der Zweitaktstampfer mit verbesserter Motorkühlung. Die nächste Generation von Zero Emission, der Akkustampfer mit aktiver Kühlung. Ob mit herkömmlichem Antrieb oder emissionsfrei, erleben Sie bei Ihrem Vertriebspartner die neue Stampfer-Generation von Wacker Neusson.